Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jo moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, beziehungsweise einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Beim letzten Mal hatten wir den Ninja Kunst des Wegs des Feuers erledigt und heute wollen wir den Ninja Funkli retten, unseren Sensei, unseren Meister. Und ja, das wird wahrscheinlich lustig, das wird spaßig. Fünf Sterne, die haben wir vor uns. Ich bin schon gespannt, was auf mich zukommt. Die Funkeli-Bereiche, die sehen immer so merkwürdig aus. Ich bin eine Statur. Das weiß ich zu verhindern. Okay, ich will, glaube ich, zuerst den hier rechts fertig machen. Kann ich nämlich hier in Ruhe und Frieden durch. Mache ich den da erstmal fertig. Und an den komme ich von hier aus nicht dran. Die habe ich fertig gemacht. Und den einen da käme ich bestimmt dran, wenn ich mich anstrenge. Sensei, ich komme. Danke. 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 das war nun doppelgänger ich mag so stealth akte wie mache ich das wer das auch können jeder wem was zum posieren das war stern nummer zwei ich habe den ersten schon verpennt wo war der moment ich gucke vielleicht ist der in deren bereich weil ich habe hier in dem bereich davon nirgendwo ein stern gesehen ich mache dich erst mal fertig das ist schon der dritte stern ich habe echt am anfang was verpennt wartet ich gehe mal eben kurz zurück wir sind ja noch nicht so weit ach leute ich bin jetzt wieder an der stelle hier und ich habe den stern gefunden ich war so blind konnte ich den denn nicht sehen ich habe es geschafft eben von der anderen seite zu töten der hier war wir sehen uns an der stelle wieder wo ich gerade eben war ich wollte nur den stern hier eben kurz in den bereich suchen hab den stern hier jetzt wieder eingesammelt stehen ein übersehen habe springen erst mal dich dann dich und tschüss es sah schon so aus dass ob man hier durch kann dass der typ direkt wartet hätte ich jetzt aber nicht erwartet aber w 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 Der Geheime Ninja des Schattenreiches Der Geheimein So wie sein Es gibt die Zeugnisse Sie sind der Geheimein 麗 Ich bin der Geheimein Die Geheimein Ich bin der Geheimein Ich bin der Geheimein Ich bin der Geheimein Jey daneben gesprungen Können den Stern noch nicht zurücklassen Let's go Habi Hättet mich nur ein bisschen früh aus dem Bild packen müssen Denn hättet ihr das Endbild in ganzer Partien können Nein, nein So viel verdeck ich ja auch nicht Ein weiterer Funkeli gerettet Hat der überhaupt Arme auf dem Bild? Es hat so ausgesehen, als ob ihnen die Arme gefehlt hätten Das ist ein schönes Bild Ein weiteres Kostüm abgeschlossen Sieht cool aus, aber ich finde die Funkeli Schleife immer noch am besten Vielleicht ist ja im ersten Geschoss jetzt irgendwas zu kaufen Ja, ein Ninja Spezialkleid Mit Ende finde ich trotzdem gerade am besten Ich mag die Farbe gelb Ah, da ist der Ninja Funkeli So kannst du unsichtbar werden und ich nicht Als Ninja Na gut Damit wären wir dann wieder im dritten Obergeschoss Beim nächsten Mal haben wir die gestohlene Statue vor uns Da sind wir dann wieder ein Meisterdieb Das wird lustig, das wird spaßig Den Meisterdieb, den mochte ich auch sehr gern Vor allem das Theme, das war richtig nice Aber das war's dann jetzt erstmal mit der heutigen Show Ich hoffe ihr hattet alle Spaß beim Zusehen Wenn ja, ein Abo, ein Like da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao Leute, bis dann